Ja, da sind wir wieder in Nepal. Ohne Rebber. Die ist weg, wohin auch immer. Machen Sie sich bereit zum Angriff. So, jetzt können wir Junkred spielen, wollte ich gerade sagen. Okay, dann können wir Ayla, ich will noch mal. Komm, jetzt spielen wir noch mal Mercy. Sehen wir auf jeden so gut. Jetzt spielen wir noch mal Mercy. Ach ja, ein sehr spannendes Spiel gerade eben gewesen. Habt ihr ja gesehen. Oh, richtig geil. Leider verloren, aber wirklich spannendes Spiel. Fehlt mir. Jo. Nein. Nein. So, gefällt Unter. Schaden verstärmt. Leute, was steht hier noch untätig um? Da schreit jemand nach einer Abreitung. Jetzt bist du zu Spitzenleistungen, Fake. Fünf, vier, drei, zwei, eins, Runde eins. Nehmen Sie den Zielpunkt ein. Nein, Pfarrer. Malz ist immer die beste Lösung. Die Rechnung kommt per Wurst. Feind gesichtet. Dann wollen wir dich mal zusammenflicken. Danke. Oh, danke, Alter. Oh. Wo tut's denn weh? Heilung für den, äh, wie heißt der? Reinhardt. Oh, ne, für den Roadhog. Alter. Ja. Auf Gott, zeig, was er drückt hat. Heinstrahl, ich brauche. Ich brauche... Aber da hat der Roadhog Vorrang, weil der hält mehr aus. Als die Fahrer. Und ich heile die zu den Dingen, die als erstes mehr aufhalten. Weil die länger leben. Wie, da habe ich eine Rüttung gehört. Also, das sind so meine Prioritätenliste beim Heilen. Zuerst die, also die Tanks und diejenigen, die da mehr aushalten. Also Tanks, dann Roadhog und so weiter. Hei, hei, hei. Für den einen ziehe ich kein Retz. Huh. Nein, er rettet mich. Hei, hei, hei. Alter. Ich kann ja auch nicht nur auf den Roadhog ganz einfach gedrückt halten. Was ist denn jetzt gestorben? Denk, mate. Nein. Ich kümmere mich um dich. Heilung. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Oh, stopp. Oh, waren das drei? Nein. Nee, 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 nee. Scheiße Ja, rein Einmal erst gestorben Ich glaube, ich bin der Mercy Man Gewonnen Yeah Geilo Punkt, der Stand 1 zu 0 Wochtest du denn? Der andere Heilstrahl nur auf den Rotorglas Das ging nur Der hätte aber Schal gekriegt Konzertischen Laden Ja, ja, ja Was? Wieso? Ein Kinderspiel Oh, yeah Applaus, Applaus, Applaus Schaden verstärkt Mr. Ops Emisu Max Und Blue Man 1 Kommt von der Blue Man Group bestimmt Ich frage mich, wie sich meine Flügel aussehen Nee Hier rennt als erstes rein Der Roadhog wieder Heilung für den Junkrit Oh, nee, 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 Batman Ich auch Schaden auf den Roadhog Nee, 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 nee. Pups. Das istyeah, ei, ei. Bist du bescheuert. Das ist gefährlich Soldier. Aber nein, äh, shit. Oh, ich hab ein Ulti. Ja sehr, gut. ist der Junkrit noch da? Ja. Ah, cheers. Alter. Ne, ich verstecke mich hier hinter. Hallo. Voll das Süße. Hallo. Nein, Roadhog. Nicht. Ahnung, vermerk's. Ne, keine gute Idee. Komm, setzen wir mal bei dem einen. Shit, 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 shit. Ist er noch da? Mr. Ops braucht Heilung. Kriegt der Reinhardt zuerst wegen seinem Schild. Und der andere kann sich jetzt selber heilen. Alter, schon wieder fast meine Ult wieder. Hallo. Ja, das war eine richtig schicke Runde. Viel zu kurz. Ich muss noch eine machen. Ich wollte eigentlich jetzt aufhören. aber noch mal sehen. Highlight des Spiels. Oh, der Vedo. Oh, ich möchte einmal, dass da steht dann Highlight des Spiels. Orexos als Vedo. Das fährt richtig schön. Ach, ja. Sehen wir uns mal in der nächsten Runde, wo es dann so weitergeht. Spielen wir da nochmal ne Mercy? Oder ne Anna? Senyata habe ich glaube ich auch schon lange nicht mehr, ähm, so gespielt habe ich es gestern, den Senyata. Aber nicht aufgenommen. Achso, dann gucken wir mal die Lootchest an. Äh, Lootbox, Lootchest. Würde ich auch gerne mal wieder Lootchest. Habt ihr eigentlich Interesse? Ich hab ja mal so ne drei Monate, ähm, Lootchest ausprobiert. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Habt ihr eigentlich Bock, dass ich mal so ne Art Unboxing mache? Also ich meine, das ist relativ beliebt im, äh, YouTube Unboxings. Auch von solchen, äh, Lootchest, Lootboxen. Würde ich, würde ich machen. Dann müsste ich mir nur irgendwie... Ich brauche nur einen Kopf für mein, ähm, für mein Stativ. Mein Stativ ist nämlich einmal umgefallen. Wählen Sie Ihren Helden. Äh, mein Stativ ist einmal umgefallen und da ist der Kopf so im Arsch so gegangen. Das ist doof. Ich muss hier nur einen Kopf kaufen für. Kamera habe ich nämlich. Keine Heiler. Plus, Marton. 552. Naila. Mercy. Lucio. Ah? Was? Der wahre Feind des Menschen ist das Chaos. Ich ka-oich. Willkommen in meine Realität. Realität. Willkommen in meine Realität. Warum fügst du dich nicht einfach? Hm? Wie garstig. Alles verläuft nach Plan. Na, das. Wollen wir mal gucken. Ich habe hier noch das. Was ist das? Ja. Ah ja. Das hatte ich auch schon lange nicht mehr. Ich habe mal so ein bisschen rumgeguckt. In den, äh, äh, äh. Die Mods und so weiter. Und habe erstmal für ein paar Charaktere mehrere reingesetzt. So. Ich bastel mir hier so eine Falle hin. Dann kriege ich vielleicht das Voranfall. Ich sage mal so ein bisschen Charge. So. Den Rest. Hol' ich den einfach da ein, wenn sie durch sind und, und, äh, kaputt sind. Eins. Angreifer nähern sich. Verteidigen Sie Zielpunkt A. Falt gesichtet. Eindringling festgestellt. Sicherheitssystem platziert. Erschaffe Barriere. Seht, was unsichtbar ist. Sicherheitssystem wird eingerichtet. Ich baue die mal hier so ein bisschen rein. Mein Sicherheitssystem wurde geschwächt. Ja, ja. Scheiße. Das ist so ein Spaßbremse, Mann. Ja, so können wir wenigstens meine Geschütze mal ein bisschen machen. Kann es sein, dass sie das irgendwie irgendwie... Ist das... Haben die das reduziert, die Geschwindigkeit? Es kommt mir so langsam vor. Fällt mir gerade auf. Ging das nicht mal schneller? Nein! Eindringling festgestellt. Das wird uns beschützen. Shit. Da kommst du an und dann kommt so ein Scheiße McFee rum. Das geht nicht. Das darfst du nicht. Das ist verboten. Willkommen in meine Realität. Soll ich auch voll der Hacker? Alles verläuft nach klar. Arbeit zusammen! Dreck die Woche! Dann habe ich glaube, wir könnten den Punkt aufgeben, oder? Alle zum Punkt! Projiziere Barriere! Ja, den Punkt aufgeben. Sie nehmen den Punkt ein! Haut sie weg! Selbstschussanlage einsatzbereit! Zielpunkt verloren! Neue Verteidigungsposition! Dann setze ich jetzt hier hinten irgendwo. Hier Rüstung greift zu! Danke! Vielen Dank! So, ein Inn! Schildmatrix errichtet! Meine Sendung! Ich will meine Witterkleidung halten! Ja, ich muss meine Punkte, meine Turrets besser setzen! Jetzt irgendwie! Achso, ich habe meinen neuen Skin, den Architekten, den Architekten, den habe ich hier freigeschaltet über eine Lootbox! Das ist auch voll geil! Da habe ich zwei, zwei von diesen goldenen! Nein! Ich muss noch aufnehmen! Sicherheitssystem platziert! Muss ich gleich dazu sagen! Vielen Dank! Du etwa nach mir? Aus Licht werde Materie! Ey ne 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 ne! Mein Geschütz wird angegriffen! Lalalala... Ne, das geht ja gar nicht. Vandalismus hier. So, wo sind sie, wo könnten sie, wo sollen sie? Nehmt die Rüstung, schnell! Das wird euch beschützen. Hallo! Gehen wir mal da durch, dann schicken wir mal da durch. Hä? Hier wird auch was. So, schicken wir da, okay dann kommen sie da lang. Da sind sie! Sicherheitssystem platziert. Meine Selbstschussanlage wurde zerstört. Hallo, Soldier! Stirbstolder! Das wird euch beschützen. Ja, ich bin doch gemein. Selbstschussanlage im Einsatz. Ja, meine ist schon längst aktiv. Projiziere Barriere. Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Stopp! Oh, oh! Oh, oh! Oh, er ist er geschlafen! Oh, oh! Oh, oh! Oh! Oh, oh! Das wird euch beschützen. Sicherheitssystem platziert. Mein Sicherheitssystem wurde geschützt. Nein. Verteidig den Punkt. Greifend koordiniert an. Meine Tübel sind alle kaputt. Vandalismus, das gibt's doch nicht so eine Scheiße. Mann. Nichts da. Soll ich's abgehauen. Lass meine Tübel sitzen. Ich gebe uns etwas Schutz. Eine Selbstschussanlage wurde zerstört. Projiziere Barriere. Hast du mich vermisst? Oh, oft kamen die ihr Ultis. Ich gebe euch etwas Schutz. Meine Selbstschussanlage wurde zerstört. Die Stunde hat gesperrt. Die setzt ihre Türme in meinem Bereich, in mein Revier. Das gibt's doch nicht. Das ist... Ricksack. Ricksack. Wo kann man die Türme denn noch hinsetzen? Irgendwo da, wo es... Sicherheitssystem wird eingerichtet. Ähm... Ultimate Breif. Hier vielleicht? Ah, nee. Schade. Meine Selbstschussanlage wurde zerstört. Selbstschussanlage im Einsatz. Vielen Dank. Wo? Das wird uns beschützen. Nachladen. Ziele erfasst. Hast du mich... Selbstschussanlage eingerichtet. Und noch 60 Sekunden. Warum kann ich das nicht kaputt machen? Das müsste man noch kaputt machen können. Das wäre eigentlich ganz cool. Eine Selbstschussanlage wurde zerstört. Gut. So. Wir haben auch einen Schild-Generator da. Okay. Das ist gar nicht so doof, im Angriff einen Schild-Generator zu haben. Projiziere Barriere. Äh... Yeah. Sieg. So. Reicht für heute. Okay. Zumindest mit den Videos. Highlight des Spiels. Stirb, stirb, stirb. Krass. Ich glaube, der hat den Roadhog da Panik. Der hätte den einfach ziehen können oder ziehen müssen. Ja gut. Das war's für diese Aufnahme. Ich verlasse alles und wir sehen uns nicht wieder. Alles dunkel. Ja. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Wenn es wieder heißt. Ja. Blablabliblub. Bis dann. Tschüss. ... Kim. ... Vielen Dank.